Chanson des Wortes Ein Skorpion als Sohn hinterhältig und gemein, den hättest du dann ein ganzes Leben lang am Bein. Mit all seinen Launen, seinen Lastern, seinen Lügen, ein Skorpion als Sohn. Da wünsch ich dir viel Vergnügen. Lass das mit der Liebe im Februar, warte noch ein bisschen mit deinem Kind. Du hast doch Zeit für die Liebe das ganze Jahr. Du weißt doch, wie Skorpione sind. Weißt du noch, wie das Blut der Tochter von Simone war? Oh, ja, 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 ja. Autoaggressiv und unberechenbar. Und sie schmiss dauernd mit den Steinen nach den Händen. Typisch Skorpion. Und dann noch Stier im Aszendenten. Lalalala, lass das mit der Liebe im Februar. Oder achte peinlich auf die Kontrazeption. Der Charakter eines Kindes ist heute planbar. Ich rate dir dringend ab vom Skorpion. Und zu gibt es schließlich die moderne Astrologie. Und die sagt eindeutig, zwei und neun gibt elf. Pass auf, sowas geht ganz schnell. Schon hast du einen Skorpion. Oh, warte lieber noch ein bisschen. Wie wärst du mit Fisch? Ich glaub, Fisch wird ich... Ach, du magst keinen Fisch. Fisch wird Wassermann für Wassermann. Also wenn ein Kind im Februar geboren werden soll. Zwei und drei. Gib mal.